Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wieder, euer Held Benjamin und ihr seid hier bei einem weiteren Part meines Resident Evil 5 Let's Plays im Koop mit meinem Bruder. Weiter geht's. Genau, weiter geht's hier. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Mine, um Irving zu finden. Der dealt ja hier mit den BOWs, mit den bio-organischen Waffen. Okay, du machst da schon wieder Hausfriedensbruch? Oh, weg da. Ja, direkt hier mit dem Pumpgun. Und Rufgetreten. Da sagt er nichts mehr. Okay, nachladen und ich denke mal, ich nehme jetzt für solche popligen Gegner, die ja auch nur einzeln auf mich zustürmen, doch lieber die Pistole. Oh, hier ist noch eine Kiste. Mit Maschinengewehr munizieren, toll. Die können auch direkt da liegen bleiben. Außer du willst die aufnehmen. Äh, was haben wir hier noch? Eine Kettensäge? Was haben die hier gemacht? Was haben sie hier gemacht? Wer war? Da ist Munition. Was liegt hier noch rum? Eine vermaden befallener Kadaver. Was für ein Gestank? Ist da noch irgendwas? Müssen wir auch mal gucken nach irgendwelchen Notizen oder sowas, oder? Draußen war irgendwo ein Kraut. Draußen war ein Kraut. Äh, da sind wir. Ah, hier. Äh. What the fuck? Ja, keine Ahnung. Also, ich bin geheilt. Ich kann es nicht mit, Mun. Ich will es auch jetzt nicht mit. Oh, die kommen. Kurt, was geht denn? Komm in, Kurt! Die Schweinhunde weichen immer aus. Okay, dann baller du die mal leer, diese... Oh, oh, oh. Ja, das war keine gute Idee. Wir haben ja Frenchie Fire noch an. Da war eine Dickschädel in den. Ja, eine Dickschädel. Da, Jakob. Gibt es hier noch was? Ne, dann gehen wir jetzt weiter. Jetzt kommt, glaube ich, so ein bisschen Geballer wieder. Ich kann ja schneiden von da oben. Das stimmt, du kannst snipen. Dann bewege deinen Arsch mal da hoch. Genau, warum... Wieso haben die überhaupt eine Leiter da dran gemacht? Ganz ehrlich mal. Wenn er dich eh da bis vor die Tür schmeißt. Genau, da rumpelt schon im Karton. Weg da. Bis vor die Füße. Zack. Oh, das Shovel. Das Shovel Knight hier. Oh, oh. Ja, das Ding musst du mal eben da runterholen. Dafür ist... Okay, dafür ist diese Maschine gut. Ja, das nervt nämlich so ein bisschen. Ich schlag den mal eben hier. Oh, hier unten ist noch eine Kiste. Beziehungsweise ein Fass. Der Donkey Kong Fass, ja. So. Gehen wir mal wieder hier hoch. Höh, der ist ja noch da. Die Shovel. So, kommt da jetzt wieder so ein Flugvieh raus? Ich hoffe nicht. Ich dachte, du bleibst noch da oben. Ah, ich habe ja noch eine Brandgranate. Ich glaube, jetzt kommen sie noch mal hier. Kann das sein? Oh, ja. Burn, burn for us. For self. Genau, jetzt noch ein bisschen aufpassen. Zack. Oh, die stehen ja alle wieder auf hier. Sind das etwa Zombies? Also, ich habe keine Granate mehr. Ich könnte aber mit der Schrot aushelfen. Aber ich denke mal... Ey, hallo. Frechdachst du? In den Arm. Komm. Nachladen. Ja, so viel Schuss habe ich jetzt auch nicht mehr. Hast du noch? Lol, wie viel hast du denn, du Sack? Kannst du mal was abgeben hier, ey? So. Pass auf, da war noch einer auf dem Klo. Hier ist noch einer auf dem Scheißhaus. Da steht er. Guck mal her. So, weg da. Erstmal looten. Maschinengewehr, toll. Ausgerechnet immer was für dich hier. So, Pumpgun ist nachgeladen. Da ist noch ein rotes Kraut. Ja, komm, das nehmen wir auch mal mit. Kann ich mischen? Ich kann mischen. Ja, super. Habe ich zweimal gemischte und ein, äh... Erste Hilfespray. Also daran soll es jetzt nicht scheitern. Ja, das... Kraut musst du mal mitnehmen hier. Wäre besser. Ist er nicht tot? Okay, dann mache ich den mal im Tod. Dann messere ich den weg hier einfach. So. Der kann gar nichts machen. Jetzt ist er hier in der Schleife gut gefangen. Des Schmerzes. Genau, blub, 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 blub. Ein bisschen Gold. Nimm du mal das Kraut, oder? Ich bin voll. Scheißegal. Ja, sag du mir das doch. Weiß ich doch nicht. Ich bin dem scheiß Maschinengewehr. Mach schon ein Headset auf dem Kopf. Da musst du mit mir auch reden. So, ähm... Da kommt noch der Shovel Knight. Schöner Kopf weggeballert. Genau, ein bisschen Kohle. Können wir wieder gut aufwerten. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Ey, was war das denn jetzt für ein... Für ein Geziele von mir, ey. So. Da kann... Ach, das trifft jetzt. Wollt er nicht mehr. Perfekte Sicht. Guck mal. Perfekt. So, ein bisschen Kohle. Nachladen. Das ist immer wichtig. Hier auch. Wir werden eben auf den Balkon gehen. Hier mal gucken. Oh, Handgranate. Die nehme ich mal mit. Hier liegt auch noch was. Handgranate. Nur Pistole. Okay, Handgranate, Handgranate. Ich glaube, oben. Was ist das denn hier? Ich komme auch mal eben hoch. Ach so, ja. Die Tür unten war ja, glaube ich, zu. Ja, warte doch. Oh, hier gibt es noch voll die geilen Sachen. Ja, das nervt doch mal nicht hier. Warte mal. Ich glaube, ich heile mich mal eben hier. So, ähm. Zack. Mal eben kombinieren. Genau. Ja, ja, alte Nervensäge. Rüber jetzt da. Kontrollpunkt. Ja, super. Gibt es ja nicht noch irgendwas Interessantes? Nö. Ich warte mal im Tür oben. Laufst du schon mal nach unten? Oh ja. Spring mal hier runter. So. Ja, kann schon mal gehen. Oh, da stehen noch ein paar Fässer drin. Ah, jetzt kommen sie an die. Genau. Mach mal auf hier. Sie ist von der einen Seite abgesch... Oh. Was zur Hölle war das? Ja, wie soll ich das jetzt machen? Du bist mir ja ein Held, ey. Und da sieht man es mal wieder. Ja, 1 zu 0 für dich. Also, das war jetzt lame. Eindeutig. Ja, komm weiter direkt hier. Gibt es jetzt kein Ausrüsten hier. Zur Strafe. Da hast du ja auch gedacht... Oh, der Kontrollpunkt hier, ne? Da kann ich mal ein bisschen lappig sein. So, jetzt erstmal hier runter. Auf ein neues. Okay. Warum sehe ich das denn so? Hätte ich vielleicht snipern können oder was? Da wollte ich mal hin. Ja, genau so bin ich im Kopf gestorben. Ja, ich war es ja nicht. Doch. Ich war das nicht. Bei mir kommt nur die Heißen. Aber die anderen Dinger sollten wir mal hier stehen lassen. Oh, oh, oh. Ja. Auf hier. Genau, zack. Direkt hier ins Gesicht. Sollten wir uns mal irgendwie sammeln und die aus einer Richtung kaputtballern. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Oh, komm her. Aschhoch du. Das sind ja aber gerade ein bisschen viele hier. Kann das sein? Okay, Granate. Komm her. Ja, gut. Den habe ich jetzt noch ein bisschen mitgegeben. Der stirbt? Okay. Das war dann doch ein guter Wurf. Ich dachte, das dauert eigentlich viel zu lange. Ins Gesicht. Oh, das Schoffel. Genau, ich gehe mal hier. Wir haben ja, wie gesagt, Friendly Fire an. Dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Klopp du mal da. Ich klopp hier. Diese nervigen Uru Burus hier mit dem Feuerarmbrust. Ich glaube, weg da. Boah, der wird direkt zerfetzt hier. In den Sack. Guck dir das an. In den Sack. Zack, zack. Genau. Der steht wieder auf. Kriegt er noch einen. Was macht er denn hier? Komm. Ihn interessiert das gar nicht hier. Oh, ja. Genau. Hier ist noch was. Munition. Was hat er? Gar nichts. Kann man hier nochmal ein bisschen looten? Wovor es hier gleich weitergeht mit Action. Ah, hier liegt auch noch was. Gold. Hast du was zum Heilen? Ja. Ich habe einen Spray und zwei Mischungen. Aber ich habe gar nichts. Ja, das war klar. Was ist das? Gewehr, Muni. Das ist, glaube ich, für dich. Gewehr ist für dich. Hast du hier oben alles gelootet bei dir? Nö. Nö. Das ist gut. Da hinten ist nämlich noch ein Fass. So. Ich hoffe, hier ist der Leckerchen. Ja, Gold. Äh, okay. Okay. Schnappt ihr die Gewehr, Munition noch? Dann gib mir mal ein Kraut. Warte mal, dann gebe ich dir eben hier die 15 Schuss. Äh, ein Kraut? Wie gesagt, das ist eine Mischung, wa? Ja. Okay. Da. Kannst du mir doch die drei Schrot geben, du Sack. Nö. Dann sammle die auch einen da jetzt. Das ist meine Schrot. Dann habe ich hier... Okay. Ich bin voll für die Gewehr. Jetzt reicht's. Wegen der Schrot. Da macht er nur... Was ist hier unten eigentlich? Hinter dem Bus. Bleib du schon mal da hinten. Ah, hier ist noch ein Fass. Okay. Das hat sich gelohnt. Mit Gold hier. Was haben wir hier noch? Gibt's hier noch die Lecker... Ah, du Kraut. Da hättest du ja auch das nehmen können, ey. Okay, ein Kontrollpunkt. Das heißt für dich wieder sterben. Ich hätte hier bitte schön zum Messiker. In der Säge-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur. Ja. Was macht der denn da? Gott, das kriegt der erstmal ja noch im Deckel. Guck mal, der ist ja dumm, ey. Jetzt muss ich laufen. Oh, hier kommen sie schon. Oh, 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 oh. Du wurdest... Sag mal, du musst dich auch gleich mal wieder heilen, ne? Ähm, renn du schon mal weiter? Boah, das war eigentlich ganz gut. Dem hau ich mal immer eine rein. So, ich nehm aber mal meine Pumpgun für den. Oh Gott. Das ist Instant Death. Oh, scheiße, ich werde hier... Oh, 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 oh. Was ist mit der scheiß Tür? Weg da. Oh, 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 oh. Was denn? Oh Gott. Ah. Alter. Sag mal, wo hänge ich hier denn so? Weg da. Was ist knapp? Was für ein Scheiß. Oh Gott. Da ist er schon wieder. Mach den gleich mal. Oh, hier sind so viele von den Dingern, ey. So, sehr schön. Ins Maul. Du musst da vielleicht mal mit deiner, äh... Äh, ich hab ja noch einen normalen hier gerade. Ja, dann pass auf, der ist unterwegs. Ich weiß nicht, ob der jetzt... Oh, der ist bei dir. Ja, der folgt mir nämlich. Da weiß er nämlich. Oh Gott. Das muss man eben nachladen. Mach hin, ne? So, wo bist du denn, ey? Chillst da auch nur rum. Ja, der kommt hier rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Da hat er mir direkt mit der Axt eingegeben. Äh. Oh mein Gott. Äh. Ja, du gibst aber keine gute Rückdeckung hier, ey. Ich hab die ganz normalen hier an der Backe. Ja, sieh zu. Komm her. Oh, der... Den Stunt aber auch nichts, ey. Höhensack. Komm ins Gesicht jetzt. Hau ab, ey. Und weiter. Ich glaub, erst beim dritten Schuss oder so sackt der so ein bisschen ein. Du kriegst die scheiß Tür jetzt erstmal ein bisschen kaputt. Okay, so kann man sich's auch aufteilen. Renn weiter! Ich mach dann jetzt... Okay. Das weiß ich gerade. Ich hab... Ja, das ist gut. Ich hab nämlich nur noch vier Schuss in der Schraub. Wir haben aber auch noch einen Fass hier, wa? Ich lock den mal eben nach hier. Komm. Wo ist der? Ah, komm. Warte, 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 warte. Jetzt lauf er aber wieder nach hier. Au! Du hast mich getroffen. Nee. Du hast mir den Arsch geschossen. Dann ist die Kugel aber durchgegangen durch den. Ja. In ne Boppes rein, ey. Das ist ein zweites Arsch auch geschossen. Das finde ich nicht in Ordnung. Boah, diese Sau. So, Alter, warte, warte ins Maul. Jetzt stirb doch endlich, du Bastardgesicht, ey. Du Sack Kartoffeln. Oh Gott, die Shovel Knight. Ich muss mich gleich mal heilen. Kannst du mir mal hier so ein bisschen helfen? Ja. Ja, da ist aber noch einer. Irgendwo. So, oder sind die jetzt alle weg? Okay, Schlüssel haben wir. Du bist voll? Joa. Wieso ist der jetzt weg? Okay, dann heile ich mich mal eben. Nee, ich glaube, ich brauche eine ganze. Ganze Dröhnung. So, da liegt noch ein bisschen was. Oh, ein bisschen Muni. Liegt die Gewehrmuni so noch da? Die Gewehrmuni? Weiß ich nicht. Guck mal. Nö. Ja, das war klar. Okay, ist hier noch irgendwas Interessantes? Ich weiß es nicht. Ja, doch ein Fass. Mit Schrotmunition. Sauber. Einmal durchladen, bitte. So. Schlüssel benutzen. Genau. Und da hinten ist eine Schatztruhe. Mitteleckerchen. Rubin. Goldbarren. Smaragd oder was das war. Egal. Können wir uns auf jeden Fall wieder richtig leckere Upgrades kaufen. So. Einmal die Pirouette. Um zu gucken. So. Okay, was ist hier drin? Kraut. Ja, und wer soll es mitnehmen? Ja, ich bin voll. Du bist voll. Okay, dann nehme ich das mal mit. Eine dofe Maschinenpistole. Das dürfen wir nicht hier stehen lassen. Kontrollpunkt. Das heißt, dass du wieder sterben kannst. Okay, sonst war hier nichts. Und jetzt geht es los. Jetzt sind wir auf der Müllkippe hier oder was? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Scheiß Quicktime. Oh, mein Gott. 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 Jill? Chris, bist du all right? This picture, it's... Forget it, it's nothing. Let's move out. So, ähm... Ja, nur ein A-Rang. Toll, guck mal, ich hab das Einzige mit S hier. Bei besiegte Gegner. Präzision war bei beiden jetzt nicht so prall. Wir sind da eigentlich immer relativ... Ich war besser als du. Gleich, ja, ja, von wegen hier. Leck mich auch. Okay, beide tausend Punkte. Na gut. Dann geht's im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier bei Resident Evil 5, dann seid doch einfach im nächsten Part wieder mit dabei. Ich würd mich auf jeden Fall freuen. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.